In Sachen mobiles Zuhause ist Megasat der richtige Ansprechpartner. Eine deutsche Firma, die deutschlandweit und in Europa zu den führenden Herstellern von Satellitenzubehör und Satellitentechnik gehört. Dieses Unternehmen bietet nicht nur qualitativ hochwertige Produkte zu einem fairen Preis, sondern auch einen vorbildlichen Kundenservice. Von Digitalreceivern bis hin zum Montagezubehör, bei diesem Anbieter erhält man eine große Auswahl an technischen Produkten. Aber was zeichnet die einzelnen Produkte dieser Firma aus? Megasat-Produkte sind nicht nur für Wohnmobilbesitzer eine gute und günstige Lösung. Die ständige Weiterentwicklung der Produkte steht bei Megasat im Vordergrund. Mit dem Caravan Man 85 Professional bietet das erfolgreiche Unternehmen eine Komplettlösung für den Satellitenempfang. Ein vollautomatisches Satzsystem, welches auch den Empfang von allen deutschen Fernseh- und Radioprogrammen an verschiedenen Standorten in Europa ermöglicht. Auf Knopfdruck richtet sich das System vollautomatisch in kürzester Zeit auf den gewünschten Satelliten aus und strahlt herkömmliche und hochauflösende Programme auf dem TV-Gerät aus. Die Ansteuerung erfolgt über ein im Lieferumfang enthaltenes Steuergerät. Durch das Bedienen der Stow-Taste am Steuergerät klappt sich die ganze Satellitenschüssel auf eine Aufbauhöhe von nur 19 Zentimetern ein und ermöglicht somit, ohne die Durchfahrtshöhe zu beeinflussen, auch eine Montage auf hohen Fahrzeugen. Der 85 Zentimeter große Offset-Spiegel aus Aluminium sorgt für ideale Empfangsverhältnisse auch bei schwachen Satellitensignalen. Das integrierte Autos-Q-System bietet eine korrekte Polarisationseinstellung des LNB und sorgt somit für bestmöglichen Empfang an allen Standorten und Randgebieten in Europa. Zusätzlich ist ein Twin-Anschluss vorhanden, mit dem Sie zwei Receiver unabhängig voneinander betreiben können. Im Lieferumfang des Caravanman 85 Professional sind enthalten. Ein Antennenpositionierer, ein Reflektor, ein wasserdichtes sieben Meter langes Steuerkabel, eine zehn Meter und eine ein Meter Koaxialleitung, ein Stromkabel, eine Dachdurchführung, Wetterschutzgehäuse für die Kabelsteckverbindung und eine Bedienungsanleitung. Die Megasat-Geräte sind durch ihre Vielseitigkeit für den Innen- und Außenbereich einsetzbar. Die Beratung und die Kundenzufriedenheit ist diesem deutschen Unternehmen besonders wichtig. Durch die manuellen und vollautomatischen Lösungen für Camping, Caravan und Boot wird der TV-Empfang im Urlaub zu einem ganz besonderen Highlight.